EACH TIME YOU DIE YOU LOSE YOUR RECENTLY ADDED SKILLS ALL OF YOUR ITEM SKETTLE Was? Achso, äh, werden beschädigt, genau. Na, wenigstens ist wieder Tag. Okay, die Pennehalme also machen also das Licht aus und dann kommen sie rein und, oh Gott, die Schweine. Ehrlich. Das ist arm. Ja, keine... Hä? Warte mal. Ich möchte jetzt gerne diese... Hä? Wo ist denn... Wo hab ich sie hingetan? Äh, hallo? 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 Junk? Rack? Wie, die ist weg? Das ist eine Bärenfalle, die kann doch nicht einfach weg sein. Stuhl. Kann ich damit irgendwas machen? Stop-Tracking. Ich würde den Stuhl gerne auseinandernehmen irgendwie für Materialien. Ich weiß bloß nicht, ob und wie das geht. Ich werde übrigens hier mal die Türen schließen. Noch eine Lampe. Noch eine Wardrobe. Und hier ist auch nichts drin. Hm. Ich könnte natürlich, hm. Ich glaube, ich könnte die Wardrobe hier vorschieben. Ich könnte die Wardrobe hier vorschieben. Hey, warte mal, lass den gehen. Dann schieße ich mich hier ein. Ach, hier kommt man auch raus. Ach du Scheiße. Das ist eher uncool. Oh Gott. Korps. Ach, Scheiße. Hm. Hallo Blut. Die Lampe. Dreck. Wie ist das, wüsst du, wie ich da diese Dings aufkriege? Was machst du denn? Stick. Immerhin eine Weapon. Okay, jetzt haben wir eine Waffe. Immerhin. Keine gute, aber eine Waffe. Vielleicht kann ich ja den Stuhl jetzt auseinandernehmen. Wenn ich diese Waffe habe. Hm. Schau mal nicht. Shit. Hm. Ich finde ich eigentlich ungern mit irgendwas hier anliegen. Aber ich brauche auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich glaube ich muss straight nach Osten. Hm. Ah, dieses Knappen. Great. Eine Flair. Nice. Noch ein Streichholz. Flair kommt nur da. Und noch mehr Chang. Okay. Okay. Immerhin. Die Flair kann ich denn machen, wenn mal wieder irgendwelche Irren kommen. Da war ich blöd. Das habe ich... Da war ich blöd. Das habe ich... cool, dass ich damit abhaufe, wenn ich ihn haue. Ich werde wahrscheinlich wieder gleich sterben. Aber immerhin eine Flair und zwei Streichhölzer. Wow. Eine Axt oder sowas wäre geil. Nicht unbedingt als Waffe, sondern auch damit ich den Stuhl kaputt machen kann. Oder Bretter oder irgendwas. Sind wir da bei unserem Hideout? Ja. Sehr gut. Ich bin schon wieder fast tot. What the fuck. Jetzt die ganze Zeit auch dieses Herzklopfen, ne? Macht mich fettig. So. Don't make me fettig. Oh, was ist denn das hier? Felsen, oder? Ja. Oh, eine kleine Felsformation. Alter! Was bist du? Bist du ein Hund? Bist du irgendwas Gutes, Schlechtes? Ein Crate. Wieder neun Voltbatterien. Eine Bärenfalle, sehr gut. Small-Kaliber-Magazin. Geil. Noch mehr Junk, noch mehr davon. Aber ja, die Bärenfalle ist natürlich blöd, ne? Wenn man sie disarmt, ist sie weg. Trotzdem werde ich sie einfach mal aufstellen. In der Hoffnung vielleicht nachher was damit anfangen zu können. Hm, ne, irgendwie gar nix. Äh, wieso ist denn da beiseite geschoben? Ah, der Aufräumensimulator 2014. Nein! Zu weit! So. Nein! Alter! Und dann dieses Herzklopfen, ne? Geht mir gar nicht auf die Eier gerade. So. Und hier, ne, da muss ich raus. Hier werde ich jetzt nämlich diese olle Bärenfalle legen. Komm schon. Ähm, Beertrap. Da. So, drei. Ah, fuck. Hab ich gerade... Nein, ich hab gerade die Flair geworfen. Oh, ich bin so ein... Ich bin so klug. Nein! Puh, nicht disarmen. So. So. Kann ich die hier inzwischen? Ne. Ach, scheiße. Das ist die Tra... Oh, Gott. Märgerlich. Oh, die Flayer wir da haben. das ist ausgeschaltet natürlich auch hier einschließen theoretisch immer noch voll das ist schon mal gut kann ich etwas basteln es kostet mit dem bandagen da schon brauche ich irgendwas 1 2 ach so hier von rex das wird langsam wieder dunkel ja scheiße auf jeden fall ist es wirklich weg hier was auch immer ich mit dem mit dem stuhl machen soll wenn ich ihn bewege ich mache hier erstmal alles zu bei dem spiel glaube ich nämlich schon dass ich auch um meine eigenen bärenfalle laufen kann und deshalb möchte ich das eigentlich ungern naja ich bin schon zu hause scheiße ich hätte eigentlich ein bisschen mehr zeit gehabt aber wie schnell es halt dunkel wird saft er eigentlich auch mal also ich meine wann saft er mal woher weiß ich wick sie sind cold von cold sie ist ein journal was interessant ist skills ääh bbbbbbbb nein und welche zahlen hier zu sehen nein Ich muss hin, Nordosten meinte er, ich glaube ich muss morgen mal versuchen zum Nordosten irgendwie zum Regenerator ist aus, ich kann nicht genau sagen warum, aber er ist aus, oh nein, oh Gott, nein, bitte nicht, wie soll ich denn so die Nacht überstehen, bestimmt was mega geiles drin, oh ich hab noch zwei Flares, ah nice, okay, wenn ich jetzt zwei höre, schmeiß ich die leer, wahrscheinlich ist der, wenn, ist der, der, äh, der Generator hat wahrscheinlich kein Benzin mehr, das überlegt auch kein Kampf oder sowas, ähm, weil ich auch schon, man, man hört es ja, wow! Day 3 Ich bin gerade in meine eigene Drecksfalle gelaufen, hatte mit sämtlichen Abwehrmechanismen ausgeschaltet, inklusive mir selbst, oh nein, ist das dumm, okay, aber es wird auch Zeit, jetzt die Folge zu beenden, äh, sagt man wegen Don't Starve, soll ich es mal spielen? Ich hätte echt Bock drauf, glaube ich, äh, das ist, ähm, im Moment noch schlüssiger als Darkwood, denn bei Darkwood hast du ja keine Chance, wenn du nicht mal irgendwie einen Stock findest, äh, und außerdem habe ich, bei Darkwood stehe ich auch die meiste Zeit irgendwie im Raum rum im Dunkeln und, ähm, das ist für euch ja auch nicht so interessant, glaube ich, ähm, sagt mir bereit, was ihr zu, äh, was ihr, ähm, von, ähm, mit uns da faltet, ansonsten alles andere in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und, äh, dann bis zum nächsten Mal, tschuhus! Bis zum nächsten Mal, tschuhus!